Die Ben-Kiste ist ja noch genau, wie ich die eingepackt habe. Hast du die überhaupt noch nicht aufgemacht? Nee, hab ich halt noch nicht. Ich meine, der kann doch nicht einfach so weg sein. Dem Leben muss da auch was fehlen. Oh Gott, mein altes Handy. Da sind bestimmt noch seine ganzen SMS drauf. Manchmal braucht man eine Weile, ich kenne das ja. Ich weiß nicht, ob meine Weile schon um ist. Ich finde, solange ich mit ihr rede, ist sie nicht tot. Vielleicht solltest du das auch machen. Ben in dein Leben zurückholen, mit ihm reden. Ben? Oh Gott, das geht nicht. Hallo? Ich habe eine SMS bekommen mit dem Gedicht, was ich dir heute Morgen vorgelesen habe. Ist das nicht ein krasser Zufall? Hm, lustig. Ich kriege ja so komische SMS von irgendjemanden. Das ist irgendeine Olle. Das ist doch jetzt irgendeine Olle. Alter, ich habe da keinen Typ. Love Fool wäre genau das Richtige für dich. Ich hatte jetzt mal ein Profil. Ich glaube, ich bin mit dem Timber durch. Ab wie viel Treffen vögelst du? Ich gebe es für ihn nur einen und ich hatte meinen schon. Schreib mal drei. Das ist sie. Habe ich doch geahnt. Wer ist sie? Clara. Das ist die Clara. Essen Sie? Äh, also nicht generell, eher speziell. Ich meine mit mir. Würden Sie mal? Äh, klar, klar. Ja, perfekt. 18 Uhr, bis gleich. Ich freue mich auch. Er war schon sehr seltsam. Ja, seltsam heißt nervös. Nervös heißt interessiert. Das ist gut. Denk bitte an deine Datingbehinderung. Stell keine deiner behämmerten Fragen. Was wärst du wohl für ein Tier? Tier. Du musst es ihr sagen. Das geht doch nicht. Du schwärmst für eine Frau, die ewig lange SMS an ihren toten Ex-Freund oder weiß ich nicht wen schickt. Sie berührt mein Herz. Sind Sie verliebt? Ich kann doch jetzt nicht immer, wenn ich jemanden küsse, davon traurig werden. Wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens traurig bin. Die sind bei mir gelandet. Die habe ich willkommen. Die haben was mit mir gemacht, die SMS. Bernd hat sich benommen wie ein Arschloch, weil er mich nicht wollte. Marc hat sich benommen wie ein Arschloch, weil er dich wollte. Schlechtes Arschloch, gutes Arschloch. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied.